Gilt der pauschale Zuschlag bis 7,5% im Jahr 2024 auch für VBL-Renten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ich habe am 14.04. eine ganz interessante Anfrage reinbekommen. Ich lese es mal so ganz grob vor aus dem Rechner. Guten Tag, die Erhöhung der EM-Rente haben Sie ja bereits sehr anschaulich erklärt. Danke, wenn es Ihnen gefallen hat. Was mich und sicher viele andere Betroffene in diesem Zusammenhang interessiert, ist die Frage, ob dieser Zuschlag auch auf die Betriebsrente VBL usw. bezahlt würde. Auch diese Rentenansprüche wurden ja seinerzeit genau wie die gesetzliche Rente nur bis zum 60. oder bis zum 62. Lebensjahr hochgerechnet. und zusätzlich um bis zu 10,8% gekürzt. Wird dieser pauschalisierte EM-Bestandsrentnerzuschlag, den es zum 1.07.2024 für die gesetzlichen EM-Rentner geben soll, auch auf die Betriebsrenten wie VBL-Rente angewendet, wenn ich wegen einer gesetzlichen EM-Rente hier auch einen entsprechenden Betriebsrentenanspruch habe? Nein, meine Damen und Herren, ganz klar aus unserer Sicht wird diese Pauschalerhöhung um bis zu 7,5%, die es zum 1.07.2024 geben soll, nicht auf Betriebsrenten angewendet. Also ist uns zumindest nicht bekannt. Es kann natürlich sein, dass die Tarifvertragsparteien eine solche Regelung vielleicht treffen werden bei entsprechenden Tarifvertragsverhandlungen, aber davon ist mir aktuell nichts bekannt. Das heißt also, dieser Gesetzestext, der dazu hier in § 307i SGB VI steht, mit der pauschalisierten Zuschlagslösung für EM-Bestandsrentner, deren Renten nach dem 31.12.2000 und vor dem 01.01.2019 begonnen hat, bis maximal 7,5%. Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten, die wird es nicht bei der VBL-Rente oder anderen Betriebsrenten geben. Und zwar deshalb nicht, weil dieses Gesetz, dieses EM-Bestandsrentenverbesserungsgesetz, grundsätzlich nur für die gesetzliche EM-Rente aus dem Bereich des SGB VI gilt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.